Der Nachwuchs enterte die ÖVB-Arena. Am Wochenende fand der Kids-Day beim Bremer Sechstagerennen statt. Vier Stunden lang war das komplette Programm auf die Jüngsten ausgerichtet. Luftballons, Kinderschminken und mehrere Schau-Acts auf der großen Bühne im Innenraum der Halle. Vor allem Familien mit Nachwuchs, aber auch viele Sportmannschaften nutzten den für die Kids freien Eintritt zum Sechstagerennen. Für Stimmung sorgte vor allem die Sängerin Maxima. Der Teenager ist selbst erst 14 Jahre alt und erlangte Berühmtheit durch ihre Teilnahme an der TV-Show The Voice Kids. Neben dem Schauprogramm waren aber natürlich auch die schnellen Radprofis auf der Bahn, ein absolutes Highlight für die jungen Gäste. Und wer weiß, ob beim Kids-Day 2019 nicht auch die nächste Generation der Sportreporter schon fleißig Fotos geschossen hat.